RUNNING IN THE MEADOW JUST YOU AND ME IT'S ALREADY PASSED THIS TIME Hallo zusammen, hier bei Tony TV. Ich rege wieder mal auf dem Coaster House in the Woods und ich würde sagen, ich nehme euch gerade mit. Am Schluss bewerten wir weiter von 0 bis 10. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ewa. Ich luge mich das mal an. Es ist irgendwie so ein Dark Ride, glaube. Ich habe auch schon die Musik und die Dekoration. rausgehören. Boah. Dort hinten war noch so ein Senzer an der Wand. Ist auch noch geil. Jo, dann let's go. Schauen wir mal was da erwartet. Schon mal recht dunkel gehalten. Wow. Hätte geil gemacht mit deiner Fledermüste. Wow. auch hier hinten richtig wunderschön. Ein ganz schöner Raum. garaje. Nichts schlechter. In Lotsнок. مت schlechter. Jahrhbod... Incre Dave. Gute Affekt hat er da gemacht. Das ist fast wie bei der Arme und die Füße und dann am Schluss der Hals umgedrückt wird. Der richtige Übel jedenfalls. Ich hasse Spinnen. Ihr könnt euch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch Spinnen hasst. Könnt ihr eines in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Angst vor denen habt und euch grusselt vor denen Spinnen. Und für die Leute die Spinnen können die Hände nehmen und keine Angst haben von denen. Die können zwei im Chat kommentieren. Es nimmt mich mal Wunder. Was da für zahle für euch nicht. Oh, 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 oh. Albtraum. Und dann. 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 Was ist denn das an den nächsten Wagen? Ich hätte es mega überlegt, was das war. Ja gut, dann würde ich sagen, gebe ich eine Bewertung von 8, weil es war schon sehr lang gebaut, schön. Und ja, es war einfach zu wenig wild, darum nur 8, aber ja, es war recht eine gute Bahn. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Coaster-Video. Ciao miteinander. Runding in the meadow, just you and me. It's already passed out, this time.